Portugal! 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 Ich bin sehr, sehr zufrieden. Das kann ich nicht sagen. Das kommt vom Bauch, hat er das gesungen. Und jedes Mal hat es vom Bauch gesungen. Und das war das Schönste daran. Und er hat richtig daran geglaubt. Portugal hat einmal seine Sprache gesungen und einfach die Leute so zufrieden. Und das erste in der Jury, das erste in der Televote. Das ist unglaublich. Und wir sind sehr happy. Und alle Leute sind willkommen in Lisbon nächstes Jahr. Hässlich da. Portugal! 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 Lerwina hat sehr gut gesungen. Sie hat eine gute Performance. Verstehe ich nicht. Nur was ist meins. Portugal hat mit seiner Sprache gewonnen. Wir müssen, wie früher, Deutschland muss mit seiner Sprache singen. Portugal! 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 I have a message. I have a message to all of Europe. Don't give up singing in Europe. Get away! Die Sprache ist sehr, sehr wichtig, weil jeder singt in Englisch. Jeder hat so Tänzer und so. Und ja, das ist gut für Fernsehen, MTV oder sowas. Aber hier im Contest hat er heute gezeigt, dass wirklich die Emotionen und die Stimme und die Musik zählt. Nein, das ist gut für buds. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Dann, in der Zeit dieser Zeit. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Vielen Dank.